Der Mensch, er erstreckt sich über seine Gedanken und Gefühlswelt, über seine Umwelt und aber noch in ganz andere Bereiche hinein, von denen wir heutzutage keine Ahnung mehr haben. Dabei wird seit Jahrtausenden in alten Mythen und Legenden darüber berichtet. Von dort kommt sämtliche Kreativität, von dort entspringt das Neue. Heute reden wir über die fehlende Dimension des Menschen, hier bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Jörg Fuhrmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Das war jetzt eine bombastische Ankündigung für ein Thema, für das es eigentlich sehr schwer ist, Worte zu finden. Und darum bin ich froh, dass Sie hier sind, denn Sie sind quasi ein Experte dafür, nicht nur aufgrund Ihrer Ausbildung, sondern Sie haben auch selbst mal eine Erfahrung gemacht. Sie haben Sozialwissenschaften und Theaterpädagogik studiert und sind Coach und Dozent seit 2007 und Sie beschäftigen sich mit humanistisch transpersonaler Psychologie. Wollen wir vielleicht erst mal kurz erzählen, was ist denn transpersonale Psychologie? Ja, das ist, kann man sagen, die vierte Kraft der Psychologie. Die baut im Grunde auf der humanistischen Psychologie auf. Die humanistische Psychologie war ja so eine Revolution, wo man gesagt hat, okay, der Mensch ist mehr als seine Probleme und er hat auch einen Körper und er ist auch mehr als nur seine individuelle Ich-Struktur. Da sind ja auch noch die ganzen Systeme drumherum und es ging darum, diese Dinge zusammenzubringen, also ein ganzheitliches Menschenbild, was nicht mehr nur Defizit- und Problemorientiert war. Und diese Psychologen dieser Zeit, vor allen Dingen Maslow, Rogers und andere, die Chinyasati, die haben also an einem bestimmten Punkt auch gemerkt, dass der Mensch eben noch weitaus mehr ist als das. Also selbst wenn er sein Ich-Bewusstsein mit dem Körper gut integriert hat, wenn er dann auf der Arbeit und in seinem Privatleben gut klarkommt, dann kommt er doch immer wieder an bestimmte Grenzbereiche. Oder es gibt bestimmte Lebenssituationen, die ihn dorthin führen, alleine wenn man jetzt nur mal an Krankheit oder Tod denkt, wo einfach Fragen aufgeworfen werden, die mit dem guten Funktionieren in der Gesellschaft oder mit dem Integriertsein im eigenen Körper noch gar nicht beantwortet sind. Und daraus resultierte letztendlich diese Hinbewegung zu dieser Frage, was ist der Mensch denn noch jenseits von all dem? Und die Idee auch, dass diese ganzen Dinge und Techniken und Methoden, die im Schamanismus erforscht worden sind, die in den ganzen Meditationswegen erforscht worden sind über Jahrtausende, dass die eben auch heute für den modernen Menschen eine Wichtigkeit besitzen könnten. Und dass man dieses ganze Wissen, was da drin enthalten und verborgen ist, dass man das ja in der modernen Psychologie nicht draußen vorlassen sollte. Ja. Und man hat also dann begonnen, nach einem vierten Weg zu suchen, also jenseits von Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie, Behaviorismus, humanistischer Psychologie, der das eben mitintegriert auf eine nicht pathologisierende Weise. Weil bis dato war es eigentlich so, dass veränderte Bewusstseinszustände per se in irgendeiner Weise immer stigmatisiert worden sind oder pathologisiert worden sind. Ja, die Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Genau. Ja. Genau. Und Giga hat ja das in so einem Bild ganz schön gemacht. Ein Fressen für den Psychiater. Habe ich es dann in Saft-Groff damals vorfotografiert, als wir in Basel in der Ausstellung waren. Passte ganz gut. Und ja, das ist also, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, um das zu verstehen, dass es letztendlich seit diesen 60er Jahren diese vierte Form der Psychologie gibt, die diese ganzen Zustände auch erforscht, Methoden entwickelt hat und Zugänge entwickelt hat, um diese Bereiche, die man so schwer fassen kann, zu erreichen, zu erforschen. Und da gibt es natürlich Überschneidungen, also zum Beispiel zum Bereich der psychedelischen Forschung, die aktuell läuft, und auch psychedelischen Therapie, die aktuell läuft, zur Nahtodforschung. Ja, also zu ganz vielen verschiedenen Richtungen gibt es da einfach Überlappungen. Oder die ganze Achtsamkeitsbewegung, die es jetzt gibt seit ein paar Jahren, kommt jedes Jahr da irgendwie tausende Studien raus. Das ist ja enorm. Und das gehört eigentlich alles auch in diesen transpersonalen Bereich hinein. Nun werden sich Angestellte, Manager, Schichtarbeiter, Verkäuferinnen und Leute an der Bushaltestelle fragen, ich habe davon noch nie gehört, wofür soll ich denn das brauchen? Jetzt mein Leben ist schon kompliziert genug, warum soll ich mich jetzt damit noch auseinandersetzen, dass es da noch irgendwas anderes von mir geben soll? Warum sollte man sich überhaupt damit beschäftigen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also erstmal ist es, ein Großteil davon ist wahrscheinlich nicht von mir. Deswegen, das sagt der Name schon, transpersonal geht, es wirkt also über die Persönlichkeit, über den Charakter hinaus, über das Ich, über die Ich-Struktur hinaus. Und es sind eben Erfahrungen, die häufig auch in einen, wie soll ich sagen, die den Menschen in einen Kontext stellen, obwohl er es gar nicht bestellt hat. Er hat es gar nicht verlangt. Also man wird damit konfrontiert. Möglicherweise, ja. Und ich glaube, im Laufe des Lebens wird jeder irgendwann einmal damit konfrontiert. Also das kann auch sein. In was für Situationen? Ja, jetzt beispielsweise schwere Erkrankungen, Sterbebett. Ich glaube, spätestens da wird man damit konfrontiert. Aber natürlich auch bei, zum Beispiel bei Geburtsprozessen, das ist ganz klassisch. Ja, es ist also ein Kardinalsweg, um in solche stark veränderten Bewusstseinszustände zu kommen. Natürlich auch alles, was irgendwie einen an die Grenze bringt, also was zu Grenzerfahrungen führt, sei es durch eine Reizüberflutung oder durch eine Reizdeprivation, sprich entweder durch Stimulus von außen, sehr viel Stimulus, durch Licht, Musik und so weiter, diese Tanz etc. oder eben durch Deprivation, was dann eher in der Meditation zum Beispiel passiert. Also Reizreduktion, ja. Das sind jetzt so Wege. Aber manche Menschen haben solche Erfahrungen auch unter extremen Anstrengungen, zum Beispiel beim Sport oder bei Krisensituationen, die plötzlich auftreten. Also ich habe sehr viele Menschen in der Praxis gehabt, die bei denen, wo man sagen würde, die passen auf diese Kategorie, die sich so eine Frage nie stellen würden, was ich, was soll ich damit. Und da passierte irgendwas im Umfeld und teilweise noch nicht mal Ihnen selber, sondern vielleicht den Kindern. Und das war aber so einschneidend und so gravierend oder es kam, war vielleicht nicht ein tiefer Einschlag, sondern es kamen mehrere mittelmäßige oder vielleicht auch nur kleine zusammen. Und das aber addiert, hat denjenigen dann über so eine Grenze gepusht, wo er oder sie auf eine gewisse Weise, wie soll ich sagen, außer sich selbst war. Und da fängt das eigentlich dann an, dass man mit der normalen, ich sage es mal häufig, mit der normalen Psychologie keine Antworten mehr findet. Und dazu kommt vielleicht auch noch die Erkenntnis, die Maslow ja hatte und andere, dass wenn ein Mensch sein größtes Potenzial anfängt zu leben, also er sprach auch von Gipfelerfahrungen diesbezüglich. Und wenn er ja wirklich selbst verwirklicht lebt, dann hat er einen großen Zugang zu diesen und einen häufigeren Zugang als der Durchschnittsmensch zu diesen Erfahrungsdimensionen und Qualitäten. Und das Verrückte ist ja, dass Menschen, wenn man sie nach ihren wichtigsten Erfahrungen im Leben beschreibt, häufig solche Erfahrungen benennen, qualitativ benennen. Und genau diese wichtigsten Erfahrungen des Menschseins sind also im Grunde am wenigsten messbar. Das heißt, die moderne Psychologie hat im Grunde fast keine Möglichkeiten, das wirklich qualitativ zu erfassen. Natürlich kann man bestimmte Gehirnbereiche erfassen. Weil es immer eine Geschichte ist, die einem einer erzählt. Ich habe da was erlebt und es ist halt eine Anekdote. Genau. Okay. Ihr persönliches Interesse für diese ganze Thematik hat schon sehr früh angefangen. Ja. Mit einer eigenen Erfahrung. Ja. Was haben Sie erlebt? Also ich bin in ein Kellerloch gestürzt. Wie alt waren Sie? Ja, so um die fünf Jahre und bin da also runtergeknallt und ja, also eine ganze Etage in einem Rohbau und hatte im Grunde eine klassische Nahtoderfahrung mit Tunnelvisionen. Was haben Sie denn erlebt? Erzählen Sie mal genau. Ja, ich habe die, also ich kann mich nur noch fragmentarisch an diese Dinge erinnern, aber was ganz klar war, war eben diese Tunnelvision. Die war da, dieses weiße Licht war da. Ich habe da auch schemenhafte Gestalten gesehen und wahrgenommen und habe dann einen Filmriss von dieser Erfahrung. Das nächste, was dann war, dass ich mich im Krankenhaus daran erinnere, wie sie diese Decke drüber gelegt haben für die Operation. Und dann bin ich aus dem Körper raus und habe diese ganze Situation von draußen gesehen. Die Operation an sich selbst. Ja. Und habe dann später solche Out-of-Body-Experiences im Grunde am laufenden Band gehabt. Also ich konnte sie dann quasi über eine Art Selbstbefragung und Kontemplation, könnte man sagen, hervorrufen. Und das hat mich sehr fasziniert und erschaut dazu gleich. Und es war aber so faszinierend, dass ich irgendwie dabei geblieben bin, das immer mal wieder zu machen. Es hat aber auch dazu geführt, diese ganze Erfahrung hat dazu geführt, dass die Sinne so enorm erweitert waren und geschärft waren, dass ich so viele Sachen wahrgenommen habe von meinem Umfeld, von anderen Menschen, dass ich zu der Zeit, gerade auch dann in der frühen Kindheit, in der Schule später, einfach große Probleme hatte, überhaupt bei mir zu bleiben. Und das beschreiben viele Menschen, die diese Erfahrungen haben, dass sie enorm viel wahrnehmen von dem, was um sie herum passiert, auch im kollektiven Feld. Ja, und das war für mich letztendlich nachher ein Zugang. Also ich habe dann einen ersten spirituellen Lehrer gehabt und der hat mir dann geholfen, diese Dinge ein Stück weit zu ordnen. Wie ist denn das, so eine außerkörperliche Erfahrung zu haben? Was erlebt man denn da? Wie machen Sie das? Also ich habe, ich habe diesen Shift, den kann ich nach wie vor gar nicht gut beschreiben. Also es ist eine Situation, wo ich mich stark fokussiert habe auf die Sinnfrage. Und diese Sinnfrage hat dann dazu geführt, dass es mich wie raus, also immer wie rauskatapultiert hat und ich mich dann quasi am Schreibtisch oder auf dem Bett sitzend auch wieder wie von oben gesehen habe. Ja, und das sind natürlich auch Erfahrungsqualitäten, die im Grunde Menschen, die mit Trauma, das war ja auch ein Trauma, dieser Kellersturz, auch beschreiben. Das ist also auch ein Mechanismus vom Organismus, um überwältigende Erfahrungen im Grunde besser überleben zu können. Wie ist es überhaupt möglich, sich von außen wahrzunehmen, wenn doch die Wahrnehmung an das Gehirn gekoppelt sein soll? Ja, das sagen ja, das sagt ja die klassische Schule. Pim van Lommel sagt ja zum Beispiel... Pim van Lommel, wichtiger Herzchirurg aus den Niederlanden, der eine Studie gemacht hat über Nahtoderfahrungen. Genau, ja, der seine ganze Arbeit dem gewidmet hat und er sagt ja zum Beispiel eben, das sagen ja viele Transpersonaltherapeuten auch, das Gehirn ist eigentlich nur der Empfänger und du kannst den Fernseher auseinanderbauen und findest die Programme eben nicht. Und das ist wie so ein Download aus einer Cloud. Und wenn unser Netzwerk, das die ganze Zeit für das Wachbewusstsein ganz wesentlich ist, das Default Mode Network, wenn das im Grunde überladen ist oder überlastet ist, oder es offline geht, dadurch, dass Substanzen eingenommen werden, dann wird auf einmal der ganze Raum offen und der Zugang wird ermöglicht für den Download, könnte man sagen, aus der Cloud, ja, mit sämtlichen Informationen, die da sind. Und das geht eben auch über diese Methoden. Also unser Gehirn ist im Grunde also nicht der Stifter des Bewusstseins, sondern eigentlich nur so eine Art Sender, Empfängerantenne von einem viel größeren Bewusstsein, die filtert, was in unser Bewusstsein reinrieseln darf und was nicht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also nach dem transpersonalen Verständnis kann man das so sagen, ja. Genau. So, und wenn Sie da außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben, sind Sie nur über sich selbst geschwebt? Das ist ja langweilig. Haben Sie noch andere Sachen gemacht? Kann man da... Ja, also dabei war das so. Aber ich bin dann aufgrund dieser Erfahrungen ja auf diesen Übungsweg gegangen. Zuerst über die Meditation, Kontemplation und Mystik, auch bei Williges Seger. Und später dann eben auf dem Weg über diese transpersonale Schiene, als eben Schüler von Claudio Naranjo oder eben Stanislav Grof und anderen transpersonalen Therapeuten. Al Maas war ich auch. Und bei verschiedenen Schamanen und habe das dann eben erforscht, was es dort für Zugänge gibt. Und das war eben für mich sehr, sehr essentiell, existenziell und wichtig. Da habe ich dann auch mehrere Reisen gemacht in meinem Leben, wo ich mich dem hingegeben habe. Also Pilgerreisen auf dem Jakobsweg oder in Nepal oder Südamerika. Was ist denn das eigentlich für ein seltsamer Raum? Ist es das, worüber die Mythen und Legenden schreiben? Ist es das, wovon die Kirche erzählt? Ist es das, was man im Drogenrausch erlebt? Oder was ist denn das eigentlich? Ja, die Geschichten sind eigentlich so alt wie die Menschheit, könnte man sagen. Das heißt also, wir finden in allen Kulturen, finden wir Metaphern dafür, für diese Erfahrungsqualitäten. Und ob du jetzt die Geschichte von Saulus zu Paulus nimmst, der Sturz vom Pferd, von Damaskus da auf dem Weg, oder ob du was nimmst vom Herrn aus Nazareth, der in der Wüste war 40 Tage, oder bei Buddha unterm Bodhi-Baum, oder eben halt bei dem Schamanen, der auf den Weltenbaum klettert und dort ausharrt, um dort seine Initiation zu machen. Die Erfahrungen sind natürlich häufig ein Stück weit kulturell auch geprägt, aber es gibt auch transkulturelle Erfahrungen, zum Beispiel mit Ayahuasca, wo Menschen aus dem Westen diesen Trunk der Liane nehmen und auch die Vision haben von der Anaconda. Das ist auch ganz spannend. Und vorher nichts wussten darüber, was sie jetzt nehmen. Ja, und ich denke, wir haben also einen Zugriff auf diesen kollektiven Pool, wo Menschen dann wirklich Erfahrungen machen in diesem, was Jung nannte das kollektive Unterbewusstsein, oder wo auch archetypische Bilder auftauchen. Und ich mache die Erfahrung mit Menschen, dass sie eben, gerade wenn sie in Krisen sind, oder einfach nur, ich arbeite mit vielen kreativen Menschen, die einfach ihr Kreativitätspotenzial erweitern wollen, dass sie dann also gerade Symbole und Metaphern und Bilder und Geschichten finden und die sich auftun, die genau zu ihrer Situation passen oder die dafür ein Schlüssel sind. Also es ist ein Prozess der Kommunikation, in den man da geht, wenn man sich dort aufhält mit dem Bewusstsein. Ja, das könnte man sagen. Also in den alten Kulturen sind die Menschen in diese Zustände, die ja für die auch immer sakrale oder heilige Zustände waren, reingegangen, wenn es um was Wesentliches ging. Das hat man also nicht gemacht, wie jetzt bei uns irgendwie nach Feierabend das Pilz rein, sondern oder jeden Tag rauchen. Der Tabakko war auch für die sehr heilig und das war dann eben Teil der Zeremonie, um das Bewusstsein zu öffnen oder zu schließen. Und die kämen wahrscheinlich nicht auf die Idee, das rund um die Uhr zu konsumieren. Also für die hatte das eine bestimmte Bedeutung, einen bestimmten Sinn und einen bestimmten Wert. Und wenn du also mit einer gewissen Intention dann in so eine Situation reingehst, dann gibt es also auch eine bestimmte Antwort aus dem Feld, aus dem kollektiven Feld. Und die Antwort, viele machen dann den Fehler, glaube ich, heute, dass sie die Antwort dann immer linear-kausal auf sich beziehen oder auf ihr Ego. Das ist ja in dem Moment ja außen vor. Und ich glaube, dass, also im Sinne von, aha, jetzt erlebe ich hier was zum Beispiel als, keine Ahnung, ich werde verbrannt als Hexe, ist ja so ein Klassiker. Natürlich wurden da viele verbrannt, gar keine Frage. Da kann man auch eine Erfahrung zu machen. Das wird häufig dann linear-kausal so gewertet, als wenn man jetzt damals das selber gewesen ist. Das muss aber gar nicht so sein, finde ich. Sondern wo die Info herkommt, würde ich immer offen lassen. Und diese Erfahrung hat aber möglicherweise genau was mit der jetzigen Erfahrung zu tun, wo die Frau als, weiß ich nicht, Führungskraft in den Betrieb ständig zum Beispiel gemobbt wird. Oder obwohl sie mindestens die gleiche Arbeit macht, weniger verdient als die Kollegen. Solche Dinge einfach. Und dann erlebt sie auf einmal diese Bilder und in diesem Bild kommt all der Schmerz hoch, die Wut, die Frustration, all das, was sie da in der Situation auch erlebt. Das ist aber dann in einem übertragenen Sinne. Und sie versteht dadurch was, was sie... Ja, auf einer anderen Ebene aber auch, als nur rein hier mit dem Denkkasten. Das ist ja auch körperlich, das ist feinstofflicher, energetisch könnte man sagen. Das ist aber auch faszial oder muskulär. Das geht also über den ganzen Körper. Das ist ja verbunden eben mit einer Körperarbeit zum Beispiel. Also was wir so im Gehirn verstehen, das hat ja oftmals auch so positiv und negativ, hat vielleicht was damit zu tun, dass wir zwei Gehirnhälften haben. Das eine wird, ja, so könnte es sein. Und dann kommt der Zweifel, nee, so ist es ja doch nicht irgendwie. Oder könnte auch nicht so sein. Ja, wissen Sie, was ich meine? Ist das dieselbe Qualität von Informationen, die man da bekommt? Oder dieselbe Art von Inspiration, wenn man sie aus diesem transpersonalen Raum bekommt? Wissen Sie, was ich meine? Nee. Also ist es was, was ich da erlebe, woran ich dann zweifle, dass ich das wirklich wahrgenommen habe oder dass es wirklich so ist? Ja gut, also sobald jetzt, sage ich mal, unser Default-Mode-Network wieder online ist und der Kritiker wieder voll am Lenkrad sitzt, kann es gut passieren, dass der Mensch anfängt, das wieder auseinanderzunehmen und zu reflektieren und vielleicht auch zu entwerten. Das ist dann aber auch, würde ich sagen, Teil des Prozesses. Und das ist auch das, was dann in dem Moment vielleicht wichtig ist, weil er das sowieso schon die ganze Zeit mit sich macht. Also ich arbeite immer phänomenologisch, das heißt, die Phänomene, die dann hochkommen, die sind wichtig, die sind entscheidend. Also manche wollen natürlich auch einfach nur mal so eine Erfahrung machen aus, ich sage es mal, aus Selbstzweck heraus. Das finde ich aber nicht so günstig. Besser ist es wirklich, wenn man mit einem bestimmten... Ja, noch nicht mal das, also mit einem anliegenden Thema kommt und das Ergebnis offen lässt. Also es ist nicht so linear-kausal, ich bin jetzt hier, da will ich hin, sondern es ist eher so, aha, ich stehe hier, ich weise nicht ein noch aus und ich gebe das jetzt mal ab, ich gebe mich diesem Prozess hin und suche jetzt hier nach dieser Antwort. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen dieser horizontalen Achse und dieser vertikalen Achse. Der Mensch, der sich auf der einen Achse im Weltlichen verliert, das nannte grob den Hylotropenzustand, wo du dann eben losgehst, eine Fahrkarte kaufst und dich von A nach B bewegst und so weiter, da brauchst du das ja auch in dieser Welt. Und der Holotrope nannte er das, also das Hinbewegung zur Ganzheit, das ist eben diese vertikale Achse, wo ich eben diese Bewegung mache zu dem, was diese Öffnung, über die wir reden. Und da kann man sich auch drauf verlieren. Es gibt auch Leute, die haben sich auf dieser Achse verloren. Es geht eher darum, dass man dann mit der Zeit, nachdem man beide Achsen quasi erforscht hat, im Mittelpunkt verweilt. Der Mystiker verweilt im Mittelpunkt. Campbell sagte, der Psychotiker ertrinkt im gleichen Meer, in welchem der Mystiker schwimmt. Der hat sich also auf der Achse verloren. Und die Schamanen unterscheiden auch ganz genau zwischen jemandem, der in Anfangstrichen fair, Bindestrich rückt ist, und jemandem, der wirklich in der Lage ist, beide Welten zu erforschen und zu bereisen. Und die wirklich, die ganz existenziellen Fragen, die Menschen haben, die sind ja in dem Weltlichen gar nicht zu beantworten. Natürlich brauchst du die Kohle und du brauchst irgendwie die Sicherheit. Also wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn meines Lebens, solche Sachen. Genau. Und oftmals, das ist ja das Verrückte, oftmals sind gerade über einen Umweg auf diese Achse, gerade dort sind ja Kräfte gelagert, die mir wieder rückwirkend auf der Achse dann eine Hilfe leisten können. Und ich finde, ich habe diesen Furba-Deutsch hier mitgebracht aus Nepal. Da ist das ganz gut dran zu erkennen. Also wir haben hier dieses klassische Drei-Welten-Prinzip. Und das ist jetzt quasi, könnte man sagen, diese vertikale Achse. Und hier wäre jetzt die horizontale, hier ist diese weltliche Ebene. Und das ist die Unterwelt, das ist die Oberwelt. Und du kannst eben auf dieser veränderten Bewusstseinsebene natürlich diese anderen Qualitäten auch erfahren und dort Potenziale freisetzen oder Dinge mitnehmen, die dir dann hinterher quasi in der mittleren Welt oder eben auf dieser weltlichen Horizontale eben zur Verfügung stehen, also eine Hilfe sind. Und davon berichten ja viele der Mythen, dass die Menschen runtergegangen sind in die Unterwelt, also in die Bereiche, die sie ängstigen, wo sie sich verfürchten und dass sie dort hinterher ein Elixier oder ein Gegenstand oder eine Fähigkeit oder eine Ressource mit emporgebracht haben, die hinterher dann eben wiederum das reale Leben völlig möglicherweise verändert hat. Die haben eine Erkenntnis oder irgendetwas aus diesem Bereich wieder mitgebracht in den Alltags-Erfahrungsbereich und konnten hier was umsetzen, was sie vorher nicht hatten. Genau. Also da kommt das Neue her sozusagen, was wir in die Welt tragen. Genau. Die Kreativität, das Neue. Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, der ja auch Mystiker war, hat ja gesagt, natürlich bin ich nicht rational, sonst würde mir ja gar nichts mehr einfallen. Ah ja, schön. Gut, so, Sie helfen also Menschen, in diesen Bereich zu kommen. Und wie geht das jetzt? Wie mache ich das? Ja, also ich nutze verschiedenste Zugänge. Atem ist ein ganz wesentlicher. Der Atem war ja schon immer die Brücke zwischen der Psyche und dem Körper. Und eben auch immer eine Brücke zum Unbewussten und Unterbewusstsein. Und damit arbeite ich zum Beispiel dann mit verschiedenen Techniken aus dem Bereich des Klangs oder Lichtimpulse. Wir nennen das hypnagoge Lichterfahrung. Das sind so stroboskopartige Lichtimpulse, die also das Gehirn auf eine bestimmte Weise schon wellenmäßig eintunen und dann dazu führen, dass derjenige schon alleine nur dadurch schon in so einen Bereich reinkommt. Und natürlich die ganzen verschiedenen Bereiche aus Meditation und so weiter spielen da auch eine Rolle. Trommelrhythmen können eine Rolle spielen. Also es gibt verschiedenste Zugänge mit Eiswasser. Das nutze ich zum Teil auch. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Mit Eiswasser? Ja, Eiswasser. Sie schütten sich Eiswasser über den Kopf und dann sind Sie in der anderen Welt. Nee, das ist eher so, dass man ins Wasser reingeht. Also der Wim Hof hat das ja bekannt gemacht. Ich war auch bei ihm, habe da ein Training gemacht. Wir haben übrigens auch einen interessanten Talk über die Wim Hof Methode auf unserem YouTube-Kanal Welt im Wandel TV. Können Sie mal vorbeischauen. Und wenn Sie schon mal da sind, abonnieren Sie doch den Kanal und drücken Sie auf die Glocke, damit Sie informiert werden über neue Videos. So, weiter geht's. Ja, und das ist nicht nur ein Weg, der zum Beispiel ein Erfahrungsraum, der gut ist für den Körper, sondern es ist auch ein Grenzerfahrungsbereich. Genau wie über Hitze oder Feuer, also über Kohlenlaufen und solche Dinge. Also die ganzen Extreme, die können also dazu führen, dass jemand in einen Bereich kommt, der die klassischen Grenzen ausdünnt und aufweicht, könnte man sagen. Und der Seelenvogel fliegen kann. Nun sagen Sie, es kann aber auch tatsächlich von therapeutischem Nutzen sein. Ja, ja, freilich. Wenn man bestimmte Probleme hat, in welchen Fällen kann es von therapeutischem Nutzen sein? Naja, also mein großes Thema ist ja, das Potenzial zu entfalten oder volle Potenzialentfaltung, Schrägstrich Selbstverwirklichung. Und die Menschen, die dann zu mir hinkommen, ich habe auch viel mit Führungskräften zu tun und die haben alle irgendwie in der Regel auf dieser weltlichen Ebene schon die meisten Sachen so abgehakt und stehen da voll im Saft, voll im Leben und merken aber trotzdem, dass das, was sie machen, immer irgendwie unter dem bleibt, was gehen könnte. Also sie spüren instinktiv, da gibt es noch was anderes. Und sie spüren instinktiv, da gibt es noch Ressourcen und Potenziale, die ich noch gar nicht anzapfe. Das ist wie ein Sportler, der trainiert ist wie verrückt und merkt aber im Wettkampf oder sonst wo, nutzt er ja nur einen geringen Prozentsatz seiner Muskulatur. Und ja, diese Menschen sind im Grunde auf dieser Suche danach, wie sie das bekommen können und merken eben, dass Reden in der Regel alleine nicht reicht und wollen also einen anderen Zugang bekommen zu sich selber, auch ein anderes Verständnis. Oder sie sind einfach hochinteressiert an diesen Bereichen, diese Phänomene zu erforschen. Ja, das gibt es ja eben auch, finde ich auch legitim. Ansonsten denke ich gerade auch bei Ängsten und so weiter oder allerhand von Blockierungen im Bereich des zum Beispiel, sich selbst zu zeigen, auf einer Bühne zu sprechen oder wenn es um Bewerbungen geht und solche Dinge, ja. Da ist es ganz, ganz viel so, dass Menschen, wenn sie dann in diese andere Ebene reingehen, wie ich gerade schon sagte, dort etwas Wesentliches finden und hinterher quasi aus der Unterwelt wieder mit herausbringen können, was manchmal ist es nur ein Bild oder ein Gefühl oder ein Symbol, aber damit ist auf einmal hinterher dieses Thema, was sie vorher hatten, vielleicht ein Leben lang, nicht mehr so präsent im Vordergrund. Sie haben ja noch Zeitungen mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Transpersonale Prozessarbeit steht da? Genau, ja, das sind, das sind, das ist einmal die Broschüre zu meiner Intensivarbeit. Das können sich Menschen eben kostenlos runterladen bei uns auf der Homepage. Auch einfach so. Freiraum-Institut.ch Genau, das ist so, ich arbeite nach einem speziellen Intensivkonzept. Das heißt, die Leute kommen nicht stundenweise, das ist nicht so eine therapeutische Laufpraxis, sondern die Leute kommen eben für längere Zeiträume, für meistens mehrere Tage, manchmal auch für eine Woche oder so. zu uns an dem Bodensee, mieten sich da ein und machen dann dort eben en bloc eine Erfahrung, wo es in die Tiefe geht und hinten wieder raus. Ja, das wird hier so ein Stück weit eingeleitet und beschrieben. Und dann gibt es noch eine Broschüre digital, Self-Empower heißt die. Da geht es wirklich um Impulse und Übungen zur Selbstermächtigung. Die kann man sich gegen die E-Mail runterladen. Und das hier ist die neue Ausbildung, die startet jetzt in 2021. Da geht es eben um transpersonale Prozesse und um Hypnagogisches Atmen. So nenne ich das eben, wo Fachleute oder Führungskräfte und Menschen, die mit Menschen arbeiten, angeleitet werden in zwei Jahren, wie sie dann diese Prozesse selber gezielt in ihrer Arbeit nutzen können. Also sie bringen anderen Therapeuten bei, wie man das macht, was sie machen. Ja, Coaches, Therapeuten, Beratern, Pädagogen. Ja, ist es denn wirklich so, dass es zu jedem Menschen dazugehört, dass es zum Menschsein dazugehört, diesen Bereich zu erkunden? Ist es vielleicht der Grund, warum Leute anfangen, Drogen zu nehmen bei irgendwelchen Problemen oder irgendwas? Ja, klar. Also im Alter von, ich sag's mal, 15, 16, 17, 18 stehen die Tore ja himmelweit offen, bei Kindern auch, in der Regel bevor sie in die Schule kommen, fragen sie dann auch auf einmal hochphilosophische Fragen. Mama, Papa, etc., wieso ist das denn so und so? Wenn Descartes sagt, ich denke, also bin ich da nicht, wenn ich nicht denke? So irgendwie, ja, und dann, öh, so was. Also das ist ja, ja, das sind ja die Fragen, wo die Eltern dann da stehen und auf dem Schlauch stehen, ja, und nicht wissen. Und das geht dann irgendwann zu, weil die Gesellschaft das auch einfordert, das zuzumachen, weil da ist in den konventionellen Systemen kein Platz für. Dann geht das aber nochmal, wie gesagt, dann auf in dieser Zeit, wo man dann in dieser Adoleszenz ist. Da ist das dann häufig schon mit so Moralismus gekoppelt, was sich dann auch, die Welt müsste eigentlich so und so sein. Und wenn das dann auch, wenn da auch keinen Widerhalt findet, was meistens der Fall ist, das greift ja so ins Leere, die Institutionen, die eigentlich dafür zuständig wären, die haben den Menschen ja natürlich auch diese Erfahrungsqualität beraubt. Wenn man also wirklich... Welche Institutionen? Naja gut, also es hat sich ja aufgeteilt in Wissenschaft und Religion und ursprünglich war das ja auch mal zusammen. Und die Religio hatte ja eigentlich dann diese Aufgabe, diese Räume zu eröffnen, zu halten, die Menschen da durchzubringen. Aber wenn heute jemand in einer entsprechenden Institution solche Erfahrungen machen würde, wie die, die er bei uns macht, hat schon der eine oder andere gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt eine neue Jacke gekriegt und ein neues Zimmer, kostenlos. Und ja, das ist also schwierig. Und die Menschen spüren auch, dass der, der da vorne steht, die Erfahrung selber nicht hat oder dass sie sie nicht haben können oder dürfen. Und natürlich in der Verzweiflung, weil natürlich auch von der Juristikative her der Zugang zum Beispiel zu Substanzen verboten ist, zumindest in Deutschland, Schweiz und so weiter in der Regel. Ayahuasca zum Beispiel oder die Lianen, die unheimliche Dschungeldroge, die als Weltkulturerbe gilt in einigen Ländern. Oder diese Zauberpilze und so weiter. Diese ganzen Dinge. Also, dann gehen die Leute eben in die illegalen Settings rein, nehmen da unsauberes Zeug, schlechte Dosierungen mit komischen Leuten und eben den schlechten Settings und kommen dann auf einen doofen Trip, könnte man so sagen. Und da bleiben dann ja manche auch drauf hängen. Und das ist einfach schwierig. Wir haben einfach in unserer Kultur keine Möglichkeiten mehr, diese Dinge zu erforschen, egal wie. Jetzt natürlich langsam zunehmend wieder mehr, aber wir hatten sie lange nicht. Und dazu kommt noch die Zeit des Nationalsozialismus. Die haben natürlich viele dieser Techniken auch genutzt. Was weiß ich, Fackelzüge im Wald mit Trommeln und so weiter. Das sind natürlich auch im Grunde archaische Dinge gewesen, sonst hätten die nie so eine Power gekriegt in dieser ganzen Dynamik. Und deswegen hat der Deutsche, glaube ich, spezifisch nochmal eine gehemmtere Variante dazu, sein Bewusstsein zu verlieren, weil er verknüpft das automatisch damit. Oh, dann passiert was ganz Schlimmes. Braune Esoterik. Ja, genau. Dann machen wir, dann passiert sofort Mord und Totschlag und ich bin wieder schuld oder was. Und ich bin da noch Teil von, obwohl ich, ich weiß nicht mehr, was ich tue hinterher. Also, das ist gerade spezifisch, glaube ich, hier nochmal ganz speziell in Deutschland so. Das ist in der Schweiz zum Beispiel schon sehr anders. Sie sind da viel offener, haben da viel, also habe ich den Eindruck, viel mehr geerdet, nach unten verwurzelt und haben mehr nach dem Zugang dazu. Also, Sie sagen, dieser Bereich gehört dazu und es kann sinnvoll sein, sich damit unter Anleitung zu beschäftigen. Auch substanzfrei. Ich arbeite eben substanzfrei, weil wie gesagt, das ist eben nicht legal, zumindest aktuell nicht. und es kann ja sein, dass sich das irgendwann mal ändert, aber aktuell ist das so nicht, in Deutschland und in der Schweiz zumindest. Und die Zustände sind aber eben sehr ähnlich. Ich habe viele Leute da gehabt, die Erfahrungen gemacht haben auf anderen Kontinenten mit diesen Dingen und ich selber ja auch und ich habe auch Erfahrungen gemacht, allein mit der Atemarbeit, die waren stärker als zum Beispiel jetzt im Urwald mit Substanz. Gut, wo kann ich mich informieren über Sie? Was ist Ihre Webseite? Freiraum? Bindestrich Institut.ch Freiraum. Dort finden Sie Ihren Freiraum, wenn Sie der Meinung sind. Was heißt, wenn Sie der Meinung sind? Wenn Sie neugierig sind, diesen Bereich in sich zu entdecken und zu erforschen. Vielen Dank, Herr Fuhrmann. Ja, ich danke auch. Ich wünsche Ihnen noch viele spannende Entdeckungsreisen. Ja, danke. Das ist sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.